Seit der letzten Folge sind unsere Suchmuster schon erfreulich komplex geworden. Wir haben nach mehr Wortausdrücken gesucht, die lexikalisch recht spezifisch waren oder die optionale oder variable Slots hatten, bei denen einige Slots überhaupt nicht näher spezifiziert wurden. Slots, aber auch einzelne Token kann man dann aber nach bestimmten Kriterien eingrenzen, um Abfragen präziser zu machen. Dazu müssen wir uns ein bisschen mit dem CQP-Prinzip beschäftigen, wie ich es nenne, also mit der Art und Weise, wie CQP auf die Fülle an linguistischen Informationen in Korpustexten zugreift. Zu diesen Annotationsebenen gehören auch Informationen wie die Wortklasse eines Tokens oder sein Lämmer. Wie das in der Theorie aussieht, das haben wir ja in Folge 1 gesehen. Bisher haben wir nach Strings in Corpora mit diesen Anführungszeichen gesucht, und warum wir Anführungszeichen benutzen müssen, das sehen wir hier. Was in blau steht, gehört zu den Korpusdaten, das in grün zur CQP-Syntax, also zur Abfragesprache. Was hier in rot dargestellt ist, das sind die regulären Ausdrücke, und mit diesen Operatoren wie Fragezeichen und Klammern haben wir unsere Suchen so ausgeweitet, dass wir beispielsweise alle Wortformen eines Dexems oder optionale Zeichen finden. In den Suchanfragen bisher war die Frage nach der Wortklasse nicht so auffällig, weil wir Strings gesucht haben, die meistens nur einer Wortklasse angehören, also wie improve als Verb oder Haus als Nomen. Das ist bei Round anders. Denn wenn wir nach Anführungszeichen Round, Anführungszeichen Prozent C suchen, dann sehen wir sofort, dass die Verwendung des Strings Round sich recht gleichmäßig auf mindestens zwei, drei Wortklassen verteilen. Hier die ersten vier Treffer als Adverb oder Präposition, dann zwei Treffer als Nomen, dann wieder ein Treffer als Adverb und so weiter und so weiter. Und wenn Sie weiter durchblättern, dann finden Sie auch noch Belege für die etwas selteneren Adjektiv- und Verbverwendung. Um also zu verstehen, was CQP wirklich richtig mächtig macht, erinnern wir uns an das Datenmodell von CQP aus der ersten Folge. Damals haben wir gesagt, dass Daten und Annotationen für CQP in Spalten angeordnet sind, etwa dass in der ersten Spalte der Text so steht, wie er im Korpus vorkommt. Und genau das haben wir bisher mit dieser einfachen Eingabe in Anführungszeichen immer gefunden. Diese Notation mit Anführungszeichen greift also auf die erste Spalte zu. Erinnern wir uns aber auch daran, dass ich gesagt hatte, dass die CQP-Syntax eigentlich diese Klammernotation verwendet. Innerhalb der Eckklammer steht, auf welche Spalte oder Spalten zugegriffen werden soll. Mit anderen Worten, innerhalb einer Eckklammer werden jeweils Bedingungen zum Finden eines Tokens formuliert. Und dann muss man jetzt noch ein kleines Detail wissen. Die einfache Syntax mit den Anführungszeichen wird beim Drücken von Enter von CQP quasi im Hintergrund in diese Klammernotation übersetzt. Also sind diese beiden Ausdrücke identisch. Mit dem Klammerausdrück wird also nichts anderes gesagt als, suche in der Spalte Word nach dem String Round und ignoriere die Groß- und Kleinschreibung, wenn der %c-Operator gesetzt ist. Unsere bisherige Strategie mit den einfachen Anführungszeichen greift also per Default auf die Wordspalte zu. Wenn man aber zusätzliche Bedingungen formulieren, die auf eine andere Spalte oder auf weitere Spalten zusätzlich zur Wordspalte zugreifen, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als die Klammernotation zu verwenden, damit CQP auch weiß, wo es die geforderte Information finden soll. Grundsätzlich gilt, ein Token benötigt eine Klammer, also werden alle Bedingungen, die man für einen Token formulieren möchte, auch innerhalb dieser einen Klammer gesetzt. Wenn wir unsere Suche nach Round, also auf Nomen eingrenzen wollen, dann fügen wir diese zusätzliche Bedingung innerhalb der Eckklammer mit dem Kaufmanns-und hinzu. In der Wordspalte steht ja nach wie vor Round und in der Glassspalte steht in dem Fall SUBST. Wenn ich nach mehreren Wortklassen gleichzeitig in einer Abfrage suchen möchte, dann kann ich hier genau die Strategien mit regulären Ausdrücken verwenden, die wir auch für lexikalische Alternativen kennengelernt haben, also mit dem Klammerausdruck und dem ODER-Operator, also wie hier für Präpositionen, Adjektive und Adverben. Probieren Sie das doch jetzt mal für jede dieser fünf Wortklassen selbst aus und notieren Sie sich, wie oft Round in diesen Wortklassen verwendet wird. Schreiben Sie sich auf, was Ihnen an den Suchergebnissen als problematisch auffällt, dann besonders bei der Suche nach Verbverwendung wird das sehr schnell sehr offensichtlich. Vielleicht fällt Ihnen sogar eine Lösung dafür ein, denn eigentlich müssen Sie davon nur die Logik des Datenmodells und das CQP-Prinzip, also dieses Klammerprinzip, anwenden.